Hallo zusammen und willkommen zu dieser Legung. Ja, es ist nun mal soweit. Ich hoffe, es geht euch gut, dass wir mal wieder schauen, was in seinem Leben wegen dir passiert. Was gibt es für Neuigkeiten, Breaking News, was gibt es für neue, eventuell, Lebenseinstellungen, für interessanten Geschichten. Und ja, das darf heute wieder mal sein. Du darfst jetzt an eine Person denken, die dich interessiert. Du kannst auch seinen Namen laut sagen. Und heute ist ein Spiegeldatum und auch ein Portaltag, Vollmond und Jungfrau, die Energien sind. Mega, mega bombastisch. Ach übrigens, ohne Mikro finde ich das sogar viel, viel angenehmer. Und ich finde, der Sound passt ja so oder so. Ja, mir wurde schon mal geschrieben. Ihr merkt kaum Unterschied. Ja, außer, dass es nicht dazwischen irgendwas passiert, wo man sogar gar nichts mehr versteht. Also ich finde, vielleicht ist das tatsächlich die Lösung vom Universum. Ich hatte wirklich jahrelang eine Lösung gesucht. Ja, ich hatte auch kabellose Mikrofone, die dann da verräterisch den Geist aufgeben. Und ich mag das überhaupt nicht, wenn ich meine Zeit investiere, wenn ich Kart lege und dann kommt so ein Fauxpas. Nee, sofort in die Mülltonne, das geht nicht. Ja, also das ärgert mich wirklich. Ich arbeite ungerne umsonst. Und das darf nicht passieren. Und dann gab es einen, wie heißen die, diese Yeti-Mikrofone. Aber den fand ich auch zu doof, weil er zu viel wahrnimmt, ja. Na gut. Apple. Ich liebe Apple sowieso. Ja, ich bin die Erste, die immer wieder hinter Steve Jobs stand. Und ich war immer begeistert. Ich weiß noch, wie das so war, als ich das erste Mal, die erste Mail in der S-Bahn abgerufen habe, hatte. Ja, und ich hatte geweint. Ich wusste, dass das wirklich etwas bedeutet für die Menschheit, dass wir so weit sein werden. Ich habe das einfach damals verstanden, was das für eine heftige Transformation sein wird für die ganze Menschheit. Ja, wie gesagt, Steve Jobs ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Als Mensch hatte er da so seine Macken gehabt. Ja, sehr schizoid unterwegs. Und nicht nur das, aber man kann vieles über ihn erzählen. Er war eben außerwählt für eine mega Geschichte. Ein Magier, ein Visionär. Auf jeden Fall eine interessante und mega inspirierende Persönlichkeit. Heute habe ich Logorö, das heißt, ich habe Redebedarf. Ja, meine Tochter sagte heute, Mama, du darfst dich jetzt austoben. Wir fahren weg. Ich habe meine Kinder verkauft. Und genieße einfach diesen Portaltag mit euch. An all die Seelen, die meine Legungen genießen, Bitte gebt es mir zu wissen, in Form von einem gelben Herzen und in Form von einer Rosa. Irgendwie möchte ich heute Blumen bekommen von euch. Vielen Dank. Und natürlich bitte liken, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. So, jetzt nun mal zu seiner Wenigkeit. Wir sagen heute Wenigkeit. Wir sind demütig selbst und wir schauen auf einen Mann, der da sein Leben hoffentlich genießen kann. Ja? Hoffentlich, denn hier kommt Just The Eyes. Und Just The Eyes and the Magician and the Hanged Man. Das hört sich nach heftig an. Ja? Nach heftig an, sodass er hier wirklich dazu motiviert ist, all seine magischen Künste zu zeigen. Ja, wie der Steve Jobs zu sein. Und so um die Ecke zu denken, dass keiner ihm etwas überhaupt zu sagen hat. Ja, und wenn jemand etwas zu sagen hat, dann bekommt dieser Mensch einfach, einfach, einfach. Was bekommt er? Was bekommt er? Das können viele, viele Momente sein. Ja, je nachdem, je nachdem, wie aggressiv er ist, könnte er eines auf etwas bekommen. Wie sagt man? Auf die Zwölf. Genau, auf die Zwölf. Oder er könnte diese Person gar ignorieren. Ja, das ist wie so einer, du weißt nie, was dieser Zauber aus seinem Hut rausholt. Ist es ein Kaninchen oder ist es eine Totrate? Man weiß es nie. Ja? Und alle sitzen da und lassen sich einfach überraschen. Und wenn die Überraschung gelingt, dann wird applaudiert. Und zwar laut, expressiv. Und ja, alle freuen sich. Auf die Show. Okay, wenn ich jetzt hier nicht mehr weiter blödele, was heißt das? Die Person sieht seine Welt jetzt mit ganz anderen Augen. Entweder hat die Person jetzt die Brille ausgetauscht. Ja, jetzt hat er vielleicht eine stärkere Stärke bekommen für seine Gläser. Ja, sodass er da genauer sieht. Aha, ich erkenne dich jetzt nicht mehr. Du Freund oder meine Freundin und meine Mutter. Ja, du hast dich aber verändert. Hast du mit dir etwas machen lassen? Also wirklich, hier ist einer, der sowas von durch Wäschetrommel, waschtrommel oder waschtrommel, waschtrommel, geschleudert wurde, sodass da seine Gehirnzellen sich neu kombiniert haben, neu gruppiert haben. Ja, sodass seine Welt jetzt ganz anders aussieht, als es noch gestern war oder vorgestern. Weiter in die Vergangenheit möchte ich nicht gehen. Was gab es denn hier Erschütterndes? Was gab es hier von oben Gesandtes? Eine erleuchtende Geschichte. Klarheit und Organisation. Ich sag dir, die Gehirnzellen, die haben sich neu organisiert. Und die Menschen, die glauben nicht an die Neuroplastizität. Das gibt es eben, sag ich euch. Und das ist hier ein Beispiel, das habe ich jetzt sogar durch Karten legen, auch bestätigt. Ja, Neuroplastizität gibt es. Klarheit. Was wurde ihm denn klar gemacht durch die höhere Macht? Dass er Einfallsreichtum braucht, ja, damit sein Leben noch besser funktioniert. Vielleicht war er in so einer Schaffenskrise und dachte sich, ach, ich muss nicht so einfallsreich sein. Ich bin doch so schlau genug, ja, ich rocke diese Welt. Ich reite die ja auch, wenn ich nachts einfach schlafe und vor mir hin so schnarche, reite ich diese Welt sowieso. Aber das war nun mal ein falscher Denker. Denn das hatte mit der Realität leider kollidiert, ja. Und da muss er jetzt wirklich umsortieren in seinem Kopf. Er muss jetzt auf andere Lösungen kommen. Er muss jetzt wirklich ein Querdenker sein. Vielleicht hat er genug Talent, wer weiß. Vielleicht hat er auch Intention, ja. Vielleicht bekommt er diese auch. Und was gibt es denn hier? Ich bin schon so gespannt, was das für einen Draht zu dir ergibt. Ich hoffe, einen heißen Draht. Hier kommt Belehrbarkeit, ja. Er wird hier ganz schön belehrt vom Universum selbst. Du hast damit nichts zu tun. Das ist gar nicht dein Bier. Da brauchst du nichts zu denken, dass du hier irgendwie falsch unterwegs warst. Falls es dir irgendwie gesagt wird, ja, das ist alles wegen dir. Weißt du was? Wenn du merkst, jemand möchte bei dir Schuldgefühle aufrufen, dann weißt du ganz genau Bescheid. Das ist ein Red Flag. Und die Person möchte gerne manipulieren, ja. Dann überleg dir mal, okay, was ist denn deine Motivation? Was steckt denn dahinter? Wenn du das leitest, ja, wenn du in mir solche Schuldgefühle wecken möchtest, wieso machst du das? Das ist immer eine interessante Frage, ja. Hinterfragt immer wieder Menschen, die bei euch so ein Gefühl aufrufen, als wäre er nicht genug, nicht richtig, nicht aufrichtig. Als ob ihr daran schuldig seid, dass dieser gewissen Person etwas zugestoßen ist. Ja, immer wieder Ohren steif halten. Denn da klingelt es. Das geht nicht nur um Beziehungen. Überall, wo uns irgendjemand, irgendein Verkäufer oder sonstige Menschen irgendwas aufbürden und uns etwas erzählen und solche Augen machen, ja, wie die gestiefelte Kater, wenn er etwas möchte. Und hofft, ja, dass jeder Ja und Amen zu allem sagt. Sagt Nein. Und dann überlegt euch ein paar Nächte lang, ja, ob ihr überhaupt doch noch Ja sagt. Aber ihr müsst es nicht mehr machen. Ja, wenn ihr schon einmal Nein sagt, ja, dann könnt ihr machen. Ja, ich will ja nicht radikal klingen. Du musst ja auch nicht radikal sein. Aber ich hoffe, du hast die Linie verstanden. Was haben wir hier? Wir haben hier Fühle, ja, an sich die Fühle. Gut, ich meine, ganz kleinen Detail können wir hier gehen. Das haben wir gemacht. Aber das sind ja nun mal seine Lebensprozesse und er darf damit klarkommen. Ich sagte, das ist nicht deins, ja. Und hier nochmal Bestätigung. An sich ist sein Kühlschrank auch voll, ja. Er lebt ganz gut. Er hat genug Geld, ne. Du brauchst da nicht mit irgendeiner Suppe bei ihm ankommen und sagen, vielleicht hast du drei Tage nicht gegessen. Vielleicht hast du dich zwei Wochen nicht gewaschen. Hier komm, wir werden jetzt dafür sorgen, dass du wieder vernünftig aussiehst. Ja, hier hast du noch 20 Euro, ne. Da sollst du ein paar Tage damit auskommen können. Bloß nicht, ja. Bloß nicht Helfer-Syndrom einschalten. Vielleicht möchte er das auch, dass du da dir ein bisschen Sorgen machst und dir überlegst, oh, wie geht es denn dieser gewissen Person? Hat er vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten oder Herausforderungen, mit denen er zu kämpfen hat? Glaub mir, er kommt alleine klar. Auch wenn er da Wichtiges durchmacht. Und, ja. Ich meine, wenn du Wichtiges durchmachst, kommt er da auch angekrochen und guckt, okay, brauchst du was zu essen? Wie geht es dir, ne? Wie war dein Tag? Fragt da jemand? Jemand. Dann überlegt euch mal. Ich hatte mal eine Freundin, sie hatte mir mal erzählt, was sie immer verärgert hat. Sie meinte, ja, der wollte immer wieder mal, dass ich mit dem dies und das unternehme, immer wieder hin und her zu reisen. Aber dann meinte sie, und er schreibt mir nicht mal, wie geht es dir? Hast du heute schon mal etwas gegessen? Das war ihr so wichtig mit diesem Essen. Ich fand das süß. Ja, aber das ist eben ihr Bedürfnis, wisst ihr? Bei dir ist es vielleicht, bei dir ist es was anderes, ja? Bei ihr war das mit diesem Essen. Ich weiß nicht, was sie da mit dem Essen als Thema hatte. Keine Ahnung, vielleicht hatte sie damals schlecht gegessen, eben, weil sie vielleicht nicht so diesen coolen Jepfenkostüm hatte. Vielleicht auch wegen ihm, ja, so dass sie sich da Gedanken gemacht hat, dass sie schlecht gegessen hat, vielleicht ungesunde Sachen. Und sie meinte, er fragt mich mal, ob ich gegessen habe. Und ich musste sie umarmen, ja, weil das ist so schön und süß. Und das war so ehrlich gemeint. Ich verstehe, ja, das ist wie so eine Kleinigkeit, aber diese Gäste, die wäre wunderschön, ja? Und wenn es um große Dinge geht, wir retten gemeinsam die Welt und da und da sind meine tiefen Wunden, ja? Aber hat die Person überhaupt gegessen? Hatte die Zeit dafür? Und hast du dich erkundigt, ob es ihr gut geht? Also immer wieder, bitte nicht vergessen, ja, wir sind auch noch Menschen. Und wir haben unsere Bedürfnisse und du sollst schauen, wie funktioniert es zwischen euch, ja? Ist es nur noch auf einer Ebene schön oder sind auch die anderen Geschichten abgedeckt? Ja, so wie dieses ganz vernünftige Materielle, Alltägliche, interessiert er sich überhaupt für dein Leben? Ja, man sagt ja auch, wenn ein Mann sich nicht bei dir meldet, eine lange Zeit, ja, dann ist er einfach tot, ja? Oder er will nicht, okay? Und da gibt es keine andere Argumentation, da kannst du dir überlegen, was du möchtest. Okay, so, jetzt bitte im Detail nicht gleich die großen Arkanen rausspucken. Wir wollen nicht auf so einen Sinn hochklettern, hochgehen, ja? Hinauf steigen und die ganze Welt verstehen, die da in ihm wohnt. Und wir wollen einfach sehen, wie geht es dir ganz normal, ja? Sei mal hier gechillter, sei mal hier wie ein Mensch, wie ein normaler Mensch. König, er sagt, nein, ich bin trotzdem ein König. Ich bin König der Stäber und das kannst du mir nicht nehmen, auch wenn ich mich jetzt so elend und grottenschlecht fühle. Siehst du, das ist schon mal authentisch, ja? Was sind deine Bedürfnisse? Erzähl mal. Vielleicht willst du auch, dass da jemand fragt, dass du da fragst, bei ihm, ne? Ob er gegessen hat. Das wäre interessant, wenn das mit euch resoniert. Natürlich ist das nur noch eine Metapher, ja? Wie ich sagte, das kann was anderes sein. Frag mal, trinkst du genug Wasser, ja? Denn viele Menschen trinken zu wenig Wasser. Ich trinke ganz viel Wasser. Aber ich brauche das auch. Das ist ja auch, wenn man Wasser trinkt, das ist ja so, wie energetisch sich reinigen, ja? Je mehr Wasser du trinkst, desto öfter musst du dich energetisch reinigen. Und früher habe ich das nicht geschnallt. Ich dachte, ich habe irgendwas. Aber nein, ich habe das auch untersucht. Und ich brauche einfach Wasser, ja? Weil ich so viel energetisch am Tage arbeite. Gut. Was hast du für ein Bedürfnis? Tatsächlich. Ich denke, auf jeden Fall möchte er hier wie einer gesehen werden, der stark ist. Der stark ist. Okay, du bist stark. Ja, wir wissen das. Alle sind stark, wenn wir das wollen. Aber trotzdem zeigst du mir jeden Gehengten, wenn es um deinen starken Mann hier geht, ja? Ich denke, der Herrscher, der raucht schon da irgendwo. Abseits, ja. Du denkst dich, wow, dieser Herrscher, der ist ja wirklich ein Herrscher. Was bin ich denn da für ein Tarot-Herscher? Ja, das ist der richtige, coole Herrscher. So, jetzt ohne Masken bitte. Was sind deine Bedürfnisse? Weißt du, du möchtest Anerkennung, du möchtest trotzdem gesehen werden, wertgeschätzt werden. Na ja, gut, okay, das kaufe ich dir ab. Ja, sei es, er möchte, dass du ihm irgendwie signalisierst, dass er wertvoll ist für dich. Ja, jetzt mal alle runter vom Thron raus. Ja, alle runter, runter, barfuß. Wir stehen alle auf der Erde. Ja, wir haben alle unsere Allüren, das wissen wir alles. Hier soll der Austausch stimmen. Inwieweit, inwieweit, sagt mir mal. Friedvoll. Klar, friedvoll, harmonisch. Trotzdem so viele große Arkaner. Okay, gut, vielleicht ist das die Zeit, wo ich jetzt heute liege. Ja, ich kann heute nicht auf zu klein kariertes schauen. Das wäre, wow, das wäre einfach zu wenig. Guck mal hier noch die ganze Zeit. Okay, die Sonne. Das lieben wir, ja. Die Sonne, die Klarheit, die Harmonie will ich haben. Ich möchte, dass sie meine Stärken sieht. Dass sie sieht, dass ich mich auch anpassen kann, dass ich mich verändern kann. Was soll sie noch sehen? Seine Gefühle. König der Kelcher. Ja, sie soll sehen, dass ich ein Gefühl voller bin, dass ich vielleicht sie liebe, ja, so Gefühle für sie habe. Dass ich auch mal ein Teufel bin, ja. Ja, ich habe einiges in mir so drin. Ja, ich könnte sie überraschen, eventuell. Das ist übrigens drei der Stäber. Was willst du mir in dieser Geschichte zeigen? Was hast du da für Pläne? Was hast du da für Pläne? Was willst du da behalten? Du bist deine... Warte mal, was ist das? Was willst du behalten? Kontrolle? Kontrolle will er behalten. Kontrolle über euch beide. Er nimmt jetzt irgendeine Chance nicht wahr, weil er Kontrolle behalten will. Kodiert, aber ihr werdet das verstehen, wenn ihr das verstehen müsstet. Oder müsst. So sagt man das, ne? Für die Zukunft. Ja, als ob hier einer so überlegt ist, dass er sich sagt, muss das Ganze hier unter Kontrolle halten. Und alles genauer sogar planen, denn erlaubst du dir denn keine Fehler? Erlaubst du dir keine Fehler? Ich bin zu weise, um mir Fehler zu erlauben. Er erlaubt sich tatsächlich keine Fehler. Interessante. Muy interessante. Wieso erlaubst du dir keine Fehler? Aus welchem Grund? Por qué? Señor. El Señor Pomidor. Por qué? Weil das eine heilige Vereinigung ist. Ja, weil ich die Beziehung hüten möchte wie einen Schatz. Ja, aus diesem Grund wird er aus seiner Haut fahren. Er wird sich solche Tricks überlegen, wie du das noch nicht von ihm kanntest. Und das Universum und die höhere Macht wollte ja sowieso, dass er sehr einfallsreich wird, damit er aus dieser Geschichte hier überhaupt rausfahren kann. Und dann ohne gegen die Liebe wird sich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Die Liebe wird befreien. Altes soll losgelassen werden, alte Muster, alte Denkmuster, alte Verhaltensweisen dürfen losgelassen werden, damit hier was Neues reinkommt. Eine neue Liebe. Eine neue Liebe. Jetzt werden wir mal meine wunderbaren Euraktikarten befragen. Du kannst auch an irgendeine Situation jetzt denken, was dich brennend interessiert oder irgendeine Frage selbst formulieren und oft gelingt es, dass ich dir dann diese durchgekommenden Antworten beantworten kann. Ja, hier gibt es folgendes dazu zu wissen, du sollst die Herausforderung akzeptieren und in deine inneren Ressourcen, an deine inneren Ressourcen vertrauen. Denn du denkst dir vielleicht, das ist zu anstrengend, das ist zu viel, das schaffst du nicht. Doch du schaffst das, wenn du es akzeptierst. Weißt du, denn Menschen, die sind nicht gezwungen, irgendeine Herausforderung anzunehmen. Ja, die höhere Macht sagt, okay, willst du jetzt eine Runde drehen? Dann komm, come on, steige jetzt auf dein Einrad und du drehst jetzt eine Runde, ja, wie im Zirkus auf so einer Arena und wir gucken dir zu und überlegen da, ob ein Affe noch auf deiner Schulter sitzt und ein Papagei auf deinem Kopf, ja, und dann musst du was performen und dann gucken wir uns das an. Und dann sagen wir dir, ob du es geschafft hast, ja, ob du Applaus bekommst, ob die Tickets danach für deine Show verkauft werden können, ja, ob das hier wirklich sich rentieren wird, dass du hier auftrittst auf dieser Arena in unserem Zirkus des Soleils. Oder ob wir dir kündigen und sagen, ja, du darfst jetzt irgendwo als Straßenkünstler auftreten und dort mit deinem Einrad weitere Runden drehen, ja. Was erzähle ich jetzt hier so ein bisschen verkleidet und metaphorisch? Es geht natürlich um Samsara, ja, das ist wie so ein Schicksalskarmerrat, ja, es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Die Menschen, die deren Lektionen nicht lernen, die dürfen die erste Klasse wiederholen und die werden wieder auf noch eine härte Tour mitgenommen. Ja, und dann dürfen die Konzerte geben, dann dürfen die überall sich zeigen und deren Künste präsentieren, aber wenn die schlecht waren, wenn die ausgebucht wurden, dann dürfen die die Show nochmal und nochmal und nochmal aufführen, ja. Das ist immer an uns, wie schnell wir unsere Lektion lernen. Aus diesem Grund ist es wichtig, bewusst zu leben und auch zu horchen und verstehen wollen, was will mir das Universum mit dieser Situation sagen, mit dieser Person, was sollte ich aus dieser Bindung lernen? Ich bin doch kein Bär oder kein Affe, ja, ich möchte nicht 20 Runden nochmal durchlaufen und glaub mir, jede weitere Lektion, die wird noch härter sein, ja. Wenn das mit ihm noch okay ist, ja, für sich, für ihn, dann seid froh, wenn du sagst, nein, Anna, für mich ist das jetzt schon die Hölle, mit ihm umzugehen. Na, dann hast du in deiner vergangenen Beziehung nicht viel gelernt, ja, in deiner vergangenen Geschichte mit jemandem anderen nicht viel gelernt. Und wenn du überlegst, aha, die muss da wiederholen, sag ich irgendwie, ist das fast der gleiche Mann, ja, ist das fast dasselbe. Und ich bekomme immer wieder dieselben Wunden zu sehen bei mir und ich werde immer wieder mal genauso behandelt, vielleicht noch heftiger werde ich behandelt als damals und ich sehe es immer wieder nicht ein. Ich möchte das nicht sehen, ja, weil ich denke, ich möchte nicht alleine sein, ich möchte geliebt werden. Ich freue mich, wenn da ein neuer Mensch in mein Leben kommt und dass er mich missbehandelt, ja, das interessiert mich erstmal nicht, das versuche ich zu ignorieren, zu verdrängen. Das geht nicht. Und auch wenn diese Person, auf die du heute schaust, deren Lektionen nicht lernt, dann darf er wirklich auftreten, ja, was denkst du? Die Artisten, die werden immer wieder gebraucht. Die Hörermacht freut sich nur noch, ja, das sind die größten Typen, die sich da wirklich alles ablachen, wenn die uns beobachten. Wenn ich mit der Hörermacht rede, dann frage ich die manchmal, und? Habt ihr gut gelacht? War das schön für euch? Oder ich sage dann zu denen, das habt ihr aber mega Hammer konstruiert. Das war ein Drehbuch, ja, und ich spüre, wie die wirklich lachen, wie die mich ermuntern, weiter, weiterhin irgendwas dazu zu sagen, irgendwie meine 5 Cent dazuzugeben, ja, also die sind wirklich, die lieben Kunst, ja, die lieben das Ganze, was auf der Erde passiert. So, was kommt denn hier? Du bist geliebt, siehst du? Und ich denke, das waren die da oben, ne, dass wir hier nicht denken, aha, die nutzen uns nur aus für deren Schauspiel. Wie sagte der William Shakespeare, unser Leben ist ein Spiel und wir sind alle Schauspieler. Ich denke, damit ist viel gesagt. Und Shakespeare ist übrigens der meist gelesene, meist geliebte Autor überhaupt. Ja, nicht Auto, Shakespeare ist kein Auto, das ist ein Autor, ja, sonst vielleicht für die jüngere Generation. Spaß, Leute. Ich will euch nicht so blöd darstellen lassen. Ist doch nur Spaß. Ja, du bist geliebt, was noch? Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und da sagte sogar Buddha. Okay? Denn ich bin eigentlich nicht so d'accord. Ja, ich würde nicht sagen, unser Charakter ist unser Schicksal. Aber wenn der schon Buddha sagt, dann... Ich finde das ganz mutig von mir, dass ich da was anderes denke. Ich würde nur teilweise recht geben, okay? Gut, jetzt darf ich nicht schummeln und ich muss trotzdem übersetzen, ob ich will oder nicht. Ihr könnt euch auch Screenshot machen und selbst übersetzen. Ja, manche Karten kann ich nicht auf Deutsch kaufen. Das geht nicht, aus diesem Grund. Englischunterricht. Ich hoffe, meine Englischlehrerin schaut mir immer zu. Tanja, falls du das willst. Doch, dich habe ich auch gemeint. Ja, das ist dann Privatunterricht, aber gut, lange nicht mehr gehabt. Ich meine, ich hatte ganz viele nette Englischlehrerinnen, die mir sogar Geschenke geschenkt hatten damals, weil ich Englisch so geliebt habe. Ich liebe generell Sprachen und ich bin so fanatisch gewesen, dass die dachten, oh, du bist fast meine Lieblingsschülerin. Guck mal, ich war in London und ich habe dir ein Buch mitgebracht. Das war ein Geschenk. Und ich so, oh mein Gott, das war ein Gulliversreisen. Ja, also ich bin ja sowieso so eine Streberin. Ich war immer sehr gut in der Schule, schon seit Anfang meiner Schulkarriere. Und ich liebte meine Lehrer, sie liebten mich. Und das war immer so eine Liebe. Ja, sogar mit Postkarten in der ersten Klasse, da habe ich so meine Lieblingsschülerin, meine Lehrerin gestanden. Wow. Ich hoffe, da waren meine Noten nicht nur deswegen so gut. Nein, die waren tatsächlich nicht deswegen so gut. Okay, weiter. You are enough, just as you are. Du bist so genug, wie du bist. Und du bist auch geliebt. Wenn du, wow, ich spreche jetzt gerade von meiner Kindheit. Ich finde das so interessant. Wenn du kein Modell für die Liebe hast, erinnere dich an dich, als du noch ein Kind warst. Sag ich mal, so ein Modell muss nicht unbedingt Liebe sein für deine Freunde oder für Tiere, für deine Eltern. Ja? Das kann vielleicht so die Liebe sein für die Lehrer. Ja? Für, weiß was weiß ich, für jemand anders. Und erinnere dich daran und behalte dieses Gefühl. Ich hatte dieses Gefühl, wo ich das aufgerufen habe. Was hat das in mir alles bewirkt? Das ist so schön. Ja, ich fand das spannend, dass ich nicht nur zu meinen nächsten geliebten Menschen sage, Ja, ich mag dich, ich finde dich schön, toll, cool. Ja, ich liebe dich vielleicht sogar. Aber ich fand das auch interessant, dass ich einer fremden Person, die mich unterrichtet, so etwas auch erzählen konnte. Und dass ich da auch auf gegenseitig stoße irgendwo. Natürlich möchte sie nett sein. Ja, sie möchte zeigen, wow, wie toll, dass du so offen zu mir kommst. Und das war so süß. Und ich kann mir gut denken, falls du Lehrerin bist, du kannst dir bestimmt denken, was das für ein Gefühl ist. Und man ist da vielleicht so ein bisschen auch verloren. Man weiß nicht, wie soll ich reagieren. Ja, das kommt so plötzlich und du siehst, wie dieses Kind da ausfliegt. Und dann denkst du dir, oh my God, how can I handle it? Wie kann ich damit umgehen? Okay, vielleicht hast du irgendein Bild von dir. Ja, und da, wo du fünf Jahre alt warst. Ja, genau, ich rede ja fast von dem Alter hier. Und wo du das so toll findest. Ich muss jetzt an ein Klassenfoto denken, wo ich da stehe. Und ja, okay, ich konnte jetzt weiterquatschen und mein Bild beschreiben, aber dann sind wir zu viel bei mir. Und ich merke schon, ich muss mich mehr mit Freunden treffen. Ich bin gerne alleine. Genau, das sind die Nebenwirkungen. Okay. Schau in deine eigenen süßen Augen. Meine Lieben, ihr habt jetzt eine Hausaufgabe. Holt eure Kindheitsfotos raus, krampt die raus, schaut euch an. Wie wart ihr als Kind? Denn als Kinder sind wir ganz anders. Ja, wir haben so tolle Energien. Wir sind offen auch, was unser Gefühl angeht. Unser Herz ist offen. Wenn wir Menschen sind, die wir lieben, wir sagen sofort, ja, ich liebe dich, ich mag dich, ich finde dich toll. Und wir versuchen es nicht zu verstecken, weil wir denken, wir werden verletzt. Ja, weil wir uns schützen wollen. Wenn wir erwachsener und mehr verkorkster werden, ja, dann schützen wir uns eben, ja, wenn wir da einiges schon mal im Leben gesehen haben und wo wir da denken, ah, wir müssen ein bisschen aufpassen, ja. Das Ganze soll sich ja auch doch wohl irgendwie noch für uns klonen, ja, nicht nur einfach so mit wunderschönen gestiefelten Kateraugen da alles offenbaren, so. Und du sollst dir in die Augen schauen. Ah, das ist wie Arbeit mit dem inneren Kind auch, ja, denn dieses, dein inneres Kind braucht auch Zärtlichkeit. Genauso wie der Erwachsene in dir. Das ist die innere Arbeit mit den inneren Anteilen, Erwachsener und Kind, ja. Auch du brauchst Zärtlichkeit und dein inneres Kind braucht Zärtlichkeit, beide. Und indem du dich betrachtest, wie du früher warst, indem du dich daran erinnerst, wie du früher warst, wirst du viel Gutes für deinen Erwachsenen tun. Leute, das ist eine Live-Therapie. Ich sitze hier mit euch, ich hoffe, ich heule jetzt nicht, ja, weil das bewirkt etwas in mir, denn ich habe diese Gefühle aufgerufen, ja. Ich bin jetzt hier schon so weit, dass ich hier, wie sagt man, Katharsis bekomme, so. Please don't, bitte, bitte, sei irgendwie noch unabhängig irgendwie und, ja, du sollst. Grinse dich nicht ein oder grinse dich nicht ab. Du sollst in ein Ozean der Gefühle eintauchen. Ozean der Gefühle, Ozean. Ich liebe Ozeane, das ist jetzt noch eine Liebeserklärung. Denkt bitte an große Gewässeransammlungen. Ozean, das ist so mächtig. Ich glaube, ich hatte einmal dem Atlantischen Ozean meine Liebe gestanden. Nicht, dass ich sagte, Ozean, ich heirate dich und jetzt bist du mein Mann. Heute muss ich ein bisschen spinnen. Manchmal muss das sein, ja. Auch ich habe so meine Tage. Gut, meine Lieben, ich hoffe, das war nicht zu wenig über ihn, aber das war Wichtiges über dich. Ich like, abonniere und bleib einfach loyal. Loyal sein lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Ich umarme dich. Ich schicke dir meine Liebe. Diese unerschöpfliche, diese reine, tolle, energiegeladene Liebe soll in deinem Herzen ankommen. Es soll dich glücklich stimmen. Es soll dir auch Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich würde mich freuen, wenn das funktioniert hat. Zauber, zauber. Bis dann. Ciao, meine Lieben. Zauber, zauber. Zauber, zauber.